Nathalie Volk in New Yorker Krankenhaus eingeliefert Bei Nathalie Volk, 24, scheint aktuell jede Menge los zu sein. Erst am Donnerstag Nachmittag, 28. Oktober, machten erste Gerüchte die Runde, dass sich die ehemalige GNTM-Kandidatin von ihrem Verlobten Timur Akbulut getrennt haben soll. Grund für die Spekulationen, sowohl die 25-Jährige als auch der Hells Angelsrocker löschen alle gemeinsamen Schnappschüsse auf ihren Instagram-Profilen. Ein paar Stunden später dann der Schock. Nathalie, die sich seit einigen Monaten Miranda die Grande nennt, meldet sich mit einem Foto aus einem New Yorker Krankenhaus. Wird ihr womöglich jetzt alles zu viel? Das besorgniserregende Bild und was die Ex von Unternehmer Frank Otto, 64, in New York macht, zeigen wir im Video. Gestaltes Die Ereignisse Die Ereignisse Die Ereignisse Figura Die Ereignisse Diktatur Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020